Hallo, ich bin's, euer Onkel Argeil und ich bin heute mal bei Rainbow Six Siege. Und auch das nicht alleine, denn ich habe tatkräftige Unterstützung und zwar das Zweikampfsofa. Hast du was von tatkräftig gesagt? Hatte ich eigentlich. Ich gucke mich gerade bei uns um und ich kann niemanden entdecken. Achso, na gut. Ich muss mir einen aussuchen. Ja, so ohne euch mal einen aussuchen, das wissen wir, dass wir wissen würden. Ich nehme jetzt gleich mal die Ash. Genau. Das heißt, wir sind zu dritt gegen eine... Hornedö. Was machen wir denn eigentlich hier? Klassik war es wieder, ja. Klassik? Klassiker. Klassik. Ein Klassiker. Klassiker. Ein Klassiker. Dann müssen wir also quasi alle drei sterben, weil das ist ja auch ein Klassiker. Ja, das ist auch ein Klassiker. Stimmt. Du bist ja schon negativ eingestellt. Nein, nein, also... Nein. Also wenn ich negativ eingestellt wäre, dann würde ich jetzt hier gleich auf dem Fleck umfallen. Was habt ihr denn jetzt eigentlich? Den Fuse und den Mann mit dem Hammer. Der Mann mit dem Hammer, genau. Hol doch mal den Hammer raus hier. Wo ist der Doktor? Da. Genau. Geht mal vielleicht los. Na gut. Einmal tölt. Ja, bis auf den einen, der da liebt. Aber gut. Ui. Äh, aber da hinten. Wer hat da hier die... Der atmet, der atmet, der atmet. Uh, der atmet, der atmet. Oh, ich muss nachladen. Ich muss... Ich konnte nicht über das Sofa hüpfen. Ich glaube, ich habe zwölf Helds. Okay. Hm. Uh, noch ein... Uiuiuiui. Was geht hier ab, ey? Ja, Profis am Werke. Von wo schießen die? Ich... Ah, von da. Komm, alle zu uns gelaufen. Kann das sein? Ja. Ja. Ja, noch 14. Fast bergfest hier, ne? Oh. Oh, das war ja keine gute Runde. Ach. 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 Ach, das. Da weg. Okay. Uiuiuiui. Irgendwo von... Da drüben. Was macht der denn da? Wem habe ich jetzt in die... Wem habe ich jetzt in die Leiste geschossen? Das ist ganz schwer zu operieren, glaube ich. Der wollte sowieso keine Kinder mehr. Ach so. Nee, nee. Oh, hier tickt irgendwas, oder? Ja, ich gehe auch wieder raus. Da gehe ich nicht rein. Es tickt was? Na gut. Also hier tickt nichts. Wo geht es hier hin? Nach draußen. Ja. Aber unten? Gehen wir nach unten, oder? Unten, oben, links, rechts. Unten, unten. Ja, der Hammer geht vor. Toll. Da Hammer. Falls was brummt, oder so, sagt ihr Bescheid. Genau. Ach so, soll ich vorgehen? Soll ich vorgehen? Ja, ich höre leider auch nichts brummen, weil meine Rennmäuse hinten wieder am Laufrad aktiv sind. Was denn? Rennmäuse? Rennläuse, genau. Rennläuse, genau. Genau. Der guckt in die falsche Richtung. Der wartet, dass jemand hier lang geht. Das ist sein Fehler gewesen. Ja. Ja. Normalerweise machen wir immer nur den Fehler, aber... Ja. Auch andere dürfen das mal machen. Ja, richtig. Guckt euch den Wein an. Alter Verwalter. Und das war er. Du hast zwei Schläger gelassen hier. In meinem Spiel sind wir noch zwei Schläger... Ja, das hast du auch nicht... Jetzt habt ihr es kaputt gemacht, oder? Ja, jetzt haben wir... Aber hier ist noch viel, viel mehr Wein. Guck mal. Ja. Und das kann ich auch kaputt machen. Jawoll. So, wir haben noch elf. Lohnt sich das noch, dass ich irgendwie einmal nachlade hier? Weiß man nicht. Ach. Wieder auf. Oh, da oben britzelt das. Peng. Einmal weg. Und da oben ist noch irgendwas. Ja. So, Spreng-Dingsbums. Ich höre es britzeln. Das ist gewann. So. Ich habe Angst. Okay. Ne, das, was du meinst, ist ein Mikro-Wähle. Ah, hier ist auch noch was. Jui. Ich habe das Nitro-Handy deaktiviert. Ihr britzelt es doch, oder? Ja, genau. Das britzelt. Ich gehe jetzt mal nach oben. Mutig, wie du bist. Ja. Oh, hallo. Ich höre es knistert. Ich gehe da nicht lang. Ich habe Angst. Nicht da hin. 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 Da war ich mir auch gerade. Okay. Ah. Also. Mit Nitro-Handys haben sie hier nicht gespart. Äh. Nehmen wir das. So. Sind sie das alle? Ne, es brummt doch noch. Ne. Lass uns alles an. Ah ja, genau vor mir. Achtung. Ich habe Angst. Es knistert von mir immer noch. Es knistert von mir noch. Ah, da oben ist noch was. Ich habe Kippe in der Hose. Du glaubst das gar nicht, ey. Knistert immer noch was? Nö. Also ich höre jetzt nichts mehr knistern. Ah, aber ich glaube, die sind hier drin, weil hier die Wand verstärkt ist. Ja, pass auf. Warte, geh da mal eben beiseite. Beiseite, beiseite. Oder du könntest es auch, aber... Jawohl. Ja. Aber du möchtest lieber. Ja, er wollte den Vorgang. Aber ich hätte ja auch in der Granate reinschweißen können, aber... Ja, das... Hab ich gemacht? Ja, die andere meine ich. Wie die andere? Ja, damit ich jetzt zumindest einmal das Ding abgefeuert habe. Ja, wo ist der her? Oh, äh, von unten, von unten, von unten... Ja, wo sind sie? Ums Eck. Hast du sie weg oder schon sind die weg? Ne, ne, der ist weggelaufen. Ja, kam aber wieder, hat sich verirrt. Der ist weg. Okay, gut. Dann... Ja. Hier ist nix. Hier ist nix. Auch hinten in dem Raum nicht? Ne. Weil meistens ist da eigentlich irgendwie... Ist auch nix, aber hier kann man ausfüllen. Mach mir doch mal. Würde ich mal sagen, nach oben, ne? Oben war... Oben war noch gar nichts. Was war das? Uh! Ich würde sagen, ich bin von der Wand explodiert. Das sah gut aus, ähm, aber unnötig, ja. Das war ein Handy. Ein Dingbums-Handy. Es hat dich gerissen. Ich geh mal kurz zu dir. Was willst du bei mir? Teabagging oder was? Das ist dich schänden. Schänden, ja. Sexuell schänden. Da haben wir ja jetzt vorhin nicht auch schon mal so eine Runde gehabt, wo du irgendwie draußen bliebst. Ja, irgendwie. Ja, erinnere mich noch daran. Leg den Finger ruhig in die Wunde. Halt. Würde man nie machen. Oh. Ich seh nix. Ich auch nicht, aber... Ich seh schwarz, aber... Das ist jetzt ein anderes Thema. Das war... Oh, den hab ich tatsächlich erwischt, oder? Das ist die Frage, von wem du redest. Irgendwen hast du erwischt, aber das ist noch andere. Ja, irgendwen, irgendwen hab ich erwischt, aber wer... Hä? Schießt denn da drüben? Ah! Schieß, schieß! Okay. Komm, wir schießt! So. Noch sechs. Nein, ich meinte den hier, der jetzt hier vor mir liegt. Oh. Er hat von hinten geschossen. Er hat noch was geschossen. Du hast ihn noch nicht einmal getroffen, oder? Doch. Ah, da hinten steht noch einer drin. So. Wo ist der? Das war ein cooler Schuss. Das war ein cooler Schuss. Ja, war aber nicht so geplant. Ich geb's zu. Ah, von hinten. Drei noch. Oh. Drei leben noch. Uh. Uh. Iuiuiui. Ich will bloß den Spaß hier. Das war gut. Das war doch sehr gut. Aber hier hat doch jetzt noch irgendeiner geschossen. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Unten, 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 hinten, was auch noch. Unten, unten, okay. Was hast du denn da unten? Da, 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 da. Ja, sehr geil. Ja, sehr geil. Den Kopf noch gesehen. So, das war die erste Runde, würde ich sagen. Das war easy. Nein. Ja, alles klar. Wunderbar. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Vielen Dank auch für die Einladung. Ja, ich bedanke mich. Alles klar, gut. Ja, das war's für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich beim Zweikampfsofa. Hat wieder Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ich bedanke mich.